Herzlich Willkommen aus Karlsruhe. CDU TV meldet sich vom 28. Parteitag der CDU Deutschlands. Wir sind bis Dienstag für Sie vor Ort. Versorgen Sie mit allen wichtigen Informationen rund um diesen Parteitag mit Interviews, Beiträgen oder Redeausschnitten. Das alles zu sehen auf unserem Livestream oder aber bei den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter. Außerdem gibt es natürlich noch unsere Internetseite www.cdu.de. Auch dort finden Sie alle wichtigen Informationen rund um diesen Parteitag. Zur Einstimmung für Sie die ersten Impressionen hier aus Karlsruhe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017